Digger, was? Der macht mir wieder ein Video! Ey, lass mal ganz schnell einschalten, ey! Ja! Hey, der Chakka-Gamer macht mal wieder ein Video! Wow, ja, genau! Ihr habt's erraten, der Chakka-Gamer macht mal wieder Videos. Ich hab's jetzt ein paar Tage lang nicht gemacht, sorry, ich hatte einfach keinen Bock, ey, ich hatte keine Motivation dafür. Und es kam, ich hatte auch zu viel zu tun. Tut mir leid, aber jetzt bin ich ja wieder da, jetzt könnt ihr beruhigt sein, euer Leben geht auch ohne mich weiter. Ähm, so, wir waren ja hier bei den Zombies. Und sollten die abknallen, ach, die Steuerung ist immer noch scheiße. Sorry, das ist jetzt immer so oft. Wiederhole, aber... Aber das ist grausam. Lässt sich leider... Boah! Leider nicht anders bewerten hier, aber es ist grausam. So. Den Lulatsch hier, den geben wir mal schon einen Headshot hier. Ja. Was ist denn jetzt? Oh, mir das Auge, immer diese Scheiß-Werbung, ey, wirklich. Da haben wir das Auto. Kölala, oder was? Boah, ich schieße da die Eier weg, ey. Scheiße. Scheiße. Das ist so der schöne Volksmusik aus dem früheren Jahrhundert. Hier waren wir schon. Irgendwie komisch. Wenn ich aufnehme, ist die Steuerung vollkommen... Wenn ich nicht aufnehme, ist die Steuerung vollkommen scheiße. Aber wenn ich nicht aufnehme, ist die eigentlich ganz in Ordnung, die Steuerung. Ist das das Lied, äh, alle, ähm, Chinesen lernen lesen? Oder alle Kinder lernen lesen? Alle Kinder lernen lesen, da, 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 da. Hört sich's an wie Karnevalsmusik, ey. Und das bei der Zombie-Invasion. Scheiße, das ist so krank, das Spiel. Jetzt singt die Haia, Haia, Haia. Haia, 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 Haia. So, das geht dann durch die Lulatsch. Diese Musik, ey. Ich find die gar nicht so schlecht, ne? Nur die Texte sind ein bisschen scheiße. Was, ein Grafikfehler? Willst du duschen, ging kleiner? Ciao. Ciao. Bye-bye. Okay. Wusstet ihr eigentlich, dass es auf dem Planeten wirklich eine Zombie-Inversion geben kann oder werden kann? Das kann wirklich passieren. Ohne Scheiß jetzt, wirklich. Nämlich, die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es bestimmte Bakterien gibt, und die den menschlichen Geist... Warte. Scheiße! Fuck, Alter. Ja, jetzt auch noch Werbung. Das kippt euch doch, ey. Das ist nur wegen dieser Scheiß-Steuerung, ey, wirklich. Auf jeden Fall gibt es... Gibt es bestimmte Bakterien, die, ähm, oder Viren, die unser, ähm, die unser, ähm, unsere Psyche irgendwie angreifen und uns wirklich, ähm, Lust auf Menschenfleisch machen. Ähm, dann sind, sind diese Bakterien, also diese Viren, ne, diese Viren noch sehr aggressiv, ne? Die sind wirklich krass aggressiv, äh, das heißt, die können uns angreifen und können bei uns so eine, ähm, wie heißt so eine, so eine malende, so eine, wie heißt es? Ach, Leute, ich hab da keinen Bock mehr drauf, auf dieses Scheiß-Game. Ähm, die Viren greifen dann unser, äh, unser Inneres an und unser Äußeres, das heißt, ähm, dass, äh, die dann schon innere Verletzungen und äußere Verletzungen bekommen können. Ähm, genauso wie bei Zombies. Und außerdem... Und greift uns auch noch das, äh, das Gehirn auch noch an. Eben, dass wir eben dann auf Menschenfleisch stehen und, ähm, dass wir dann eben, ja, dass wir nur noch rüchelnde, äh, Geschichten, also rüchelnde Leute von uns geben. Das ist aber alles nur Spekulation, aber die Wissenschaftler haben solche Bakterien und Viren wirklich gefunden. Also es kann wirklich mal passieren, dass unser Planet mal von Zombies mal, ja, jetzt nicht... Wie kann der durch die Tür schlagen? Ey, Leute, ey, ich hab keinen Bock mehr. Äh, ich mach das auf Scream. Bis zum letzten Speicherpunkt mach das einfach auf Scream. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Auch auf die Werbung, auf das ganze Game hab ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, wir sehen uns dann. Das war der Chakka-Player. Chakka-Let's-Player. Und, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao mit... Wow!